Durch eine Verbindungstür im Badezimmer betrat Berti das Ankleidezimmer. Seine Freundin hatte darauf bestanden, so etwas zu haben, und er musste inzwischen zugeben, dass es seine Vorteile hatte. In der Mitte des Ankleidezimmers hatte die Innenarchitektin zwei winzig kleine, sündhaft teure weiße Sesselchen platziert, dazwischen einen Beistelltisch aus Glas, auf dem immer eine Bonbonschale stand. Jeden Morgen griff Berti einmal hinein und nahm sich ein Bonbon, immer dieselbe Sorte, Pfefferminz. Heute entschied er sich für eine Stoffhose in beige, dazu ein weißes Golfhemd. Nach einem letzten Blick in den Spiegel verließ er das Ankleidezimmer, ging die Treppe hinunter ins Erdgeschoss und gab seiner Freundin, die gerade mit Pferdeschwanz in Shorts und Zehensandalen aus der Küche kam, einen Kuss. Er sagte wie immer, Tschüss, Schatz. Kein Wort, wann er wiederkommen würde, und sie fragte auch nicht danach. Eines der Privilegien des Ruhestands war, sich nicht mehr festlegen zu müssen. Er verließ das Haus und ging zu seinem Auto, das in der Auffahrt parkte. Das Auto war neu, ein großer Geländewagen, schwarz, wie alle Autos, die Berti in seinem Leben besessen hatte. Seine Golfausrüstung lag wie immer im Kofferraum. Auf dem Weg zum Golfplatz hörte er wie jeden Morgen Radio, seinen Lieblingssender. Der Wetterbericht versprach heißes Sommerwetter für die ganze nächste Woche. Maria Brunn, Bertis Heimatdorf, lag in sanften grünen Wiesen hoch oben im Schwarzwald, umgeben nur von Tannen und guter Luft. An klaren Tagen wie heute konnte man von hier über die Schwarzwaldhöhenzüge bis zu den Wogesen sehen. Gelbe Butterblumen und weiße Scharfgarbe blühten als Farbtupfer im Grasgrün der Maria Brunner Hochebene. Die Sonne schien strahlend vom hellblauen Himmel. Zum Golfplatz etwas außerhalb des Dorfes brauchte man mit dem Auto bloß ein paar Minuten. Auf der Fahrt kam Berti an seiner Firma vorbei. Seine Firma. Er hatte das alles aufgebaut. Wie jedes Mal, wenn er hier vorbeifuhr, betrachtete er das große, moderne Gebäude mit Stolz. Als Berti auf den Parkplatz des Golfclubs abbog, stellte er mit Befriedigung fest, dass bisher nur vier andere Autos hier parkten. Bei dem schönen Wetter würden es in ein paar Stunden sicher zwanzig sein. Berti stieg aus. Der Kies unter seinen Golfschuhen knirschte. Er liebte das Geräusch. Berti begann seine Golfrunde. Das Grün war besser geschnitten als gestern. Wie immer benötigte er für neun Löcher knapp zwei Stunden und hielt sein Handicap. Danach ging er in die Bar des Clubs und bestellte eine kalte Weißweinschorle. Im Sommer bediente um diese Zeit immer Beatrice, eine Studentin, die sich so etwas dazu verdiente. Er mochte sie besonders. Sie war ein hübsches Mädchen. Nach einigen Scherzen mit Beatrice, die ihm seiner Meinung nach alle gut gelangen, siedelte Berti an einen der Tische auf der Terrasse über und studierte die Speisekarte. Es war genau die richtige Zeit, um Mittag zu essen. Er entschied sich für ein Zanderfilet mit Petersilienkartoffeln und Wirsinggemüse und für danach bestellte er noch ein Tiramisu, denn er mochte Süßes. Beatrice brachte ihm sein Essen und gerade als er zum Nachtisch überging, setzte sich Wolfgang Liebig an seinen Tisch. Mit ihm und seiner Frau Annemarie hatte Berti erst vorletzte Woche die Kunstauktion der Maria Brunner Charity-Engel organisiert. 8.000 Euro waren dabei für den Kindergarten zusammengekommen. Ein sehr gelungener Abend. Das Gespräch plätscherte dahin. Nach dem Essen spielte Berti seine Runde zu Ende. Die Sonne stand inzwischen hoch. Es war heiß geworden. Darum setzte er sich, nachdem er fertig war, noch ein wenig in den Schatten und bestellte bei Beatrice einen Scotch auf Eis. 20 Minuten später verabschiedete er sich und ging zum Auto. Als er vom Parkplatz fuhr, war dieser so voll wie erwartet. Beschwingt vom Scotch fuhr Berti zurück ins Dorf. Er machte sich keine Sorgen wegen des Drinks, denn der Weg war nicht weit und jeder hier kannte ihn. Das senkte die Gefahr, Schwierigkeiten zu bekommen. Das war in Maria Brunnen genauso wie sonst überall auf der Welt. Zu Hause parkte Berti sein Auto wieder in der Auffahrt und ging ins Haus. Dort war es angenehm kühl und still. Seine Freundin war wie jeden Dienstag in die Stadt gefahren. Berti goss sich in der Küche ein Glas kaltes Mineralwasser ein, füllte Eiswürfel hinein und garnierte es mit einer Zitronenscheibe. Dazu summte er My Way von Frank Sinatra. Mit dem Glas in der Hand ging er durchs Wohnzimmer, schob die große Glasschiebetür auf, die zum Garten führte, und ließ seinen Blick über die Aussicht schweifen. Wie immer, wenn er dies tat, beglückwünschte er sich zu der Entscheidung, genau hier sein neues Haus gebaut zu haben, direkt neben den Wiesen, in die der Garten überging. Nichts versperrte einem den Blick auf die Landschaft und den Schwarzwald. Andere kamen hierher zum Urlaub. Er konnte das jeden Tag haben. Zufrieden legte er sich wie jeden Nachmittag in diesem heißen Sommer auf seinen gelb-weiß gestreiften Liegestuhl und schlief bald fest ein. Erst da geschah endlich etwas Besonderes. Jemand kam in den Garten, ganz leise über die Wiesen. Jemand, der einen kleinen roten Kanister bei sich trug. Jemand, der Berti mit Benzin übergoss. Und bevor der von der Nässe seiner Kleidung und dem Geruch des Benzins vollständig wach werden konnte, hielt der nachmittägliche Besucher die Flamme eines silbernen Klappfeuerzeugs an das Golfhemd. Wenn man bedachte, wie teuer es gewesen war, war es enttäuschend, wie gut es brannte. Vielleicht ging das auch Berti in seinen letzten Sekunden durch den Kopf. Aber niemand würde das je mit Bestimmtheit sagen können. Eine halbe Stunde später wusste ganz Maria Brunn, dass Berti Haberland, erfolgreicher Unternehmer, Ehrenbürger und Vorsitzender der Maria Brunner Charity-Engel, am helllichten Tag in seinem Garten verbrannt war. Eins. Schau mal, wie lustig, ein Rollatorparkplatz, rief Anna. Christa bedachte sie mit einem wütenden Blick. Siehst du jetzt, wo du mich hingebracht hast, schnaubte sie. Zur letzten Station vor dem Grab. Anna, die gerade eine von Christas Topfpflanzen aus dem Kofferraum lud, verdrehte die Augen. Mama, ich dachte, das hätten wir besprochen. Christa sah unruhig zu, wie Anna ihre lang gehegte gelbrote Orchidee aus Sumatra in gefährlicher Schräglage hielt, während sie mit der freien Hand nach einem gerahmten Foto angelte, das Christa in deutlich jüngeren Jahren spärlich bekleidet in Thailand zeigte. Du kannst nach einem Oberschenkelhalsbruch nicht einfach so tun, als wäre nichts passiert. Dein Haus ist eine Baustelle. Da kannst du nicht mit Rollator und Wackelhüfte hin. Man muss noch ein bisschen auf dich aufpassen, wenigstens für zwei, drei Monate. Und du wolltest ja nicht, dass ich mich um dich kümmere. Christa stellte die Bremsen an ihrem Rollator fest und setzte sich rückwärts auf die Sitzfläche. Ihre Hüfte tat weh, aber das wollte sie nicht zugeben. Ja, weil du dich auf deinen Job konzentrieren sollst, wenn du schon endlich mal eine Stelle hast. Ist ja nicht so, dass man mit Germanistik an jeder Ecke was findet. Und außerdem ist es reaktionär, dass von Töchtern immer erwartet wird. Weiter kam sie nicht. Anna hielt ihr den Mund zu und küsste sie auf die Wange. Christa kämpfte sich unter Annas Hand hervor. Und ich will ja auch gar nicht, dass man sich um mich kümmern muss. Ich will mein Leben zurück. In diesem Moment fiel Christas Blick auf den Kleinbus, der neben Annas Auto parkte. Demenzmobil stand darauf. Sie schloss die Augen. Der Wohnblock des betreuten Wohnens war neu. Als Christa als Kind in Maria Brunn gelebt hatte, war hier nur eine Wiese gewesen, die im Frühjahr ständig unter Wasser stand, weil der Tannbach zu nah dran vorbeifloß. Das neue Gebäude war gelb gestrichen und darin waren sechs Wohnungen, verteilt auf zwei Stockwerke. Durch die Glasfront war zu sehen, dass jede der sechs Wohnungstüren eine andere schreinbunte Farbe hatte. Links neben dem betreuten Wohnen lag das Altenheim Abendrot, rechts der Kindergarten Schwarzwaldzwerge. Zwischen betreutem Wohnen und Altenheim gab es im Obergeschoss einen gläsernen Verbindungsgang, durch den gerade ein Pflegebett geschoben wurde. Gemeinsam bildeten die drei Gebäude ein Hufeisen mit einem gemeinsam genutzten Platz in der Mitte, der durch einen Springbrunnen und einige Blumenbeete aufgehübscht worden war. Unser Konzept ist es, jung und alt zu einer fröhlichen, kunterbunten Gemeinschaft zu verbinden, hatte es im Prospekt betreutes Wohnen in Maria Brunn geheißen. Schon da hätte sie absagen sollen, aber nun war es zu spät. Christa seufzte. Halt die Orchidee anständig, rief sie Anna nach, die den Wohnblock mit den bunten Türen ansteuerte. Anna hörte sie nicht mehr. Untertitelung im Auftrag des ZDF,